Was fürchte ich mehr als alles andere jetzt in diesem Moment? Wie würde sich mein Leben verändern, wenn es einträte? Wie würde ich mich fühlen, wenn es einträte? Stellen Sie sich vor, diese schlimmste Lebenssituation wäre auf einem Foto zu sehen. Nehmen Sie nun das Foto und legen Sie es beiseite. Bitten Sie jetzt darum, dass die Energie aller negativen Erinnerungen, schmerzenden Bilder und belastenden Ängsten aus Ihnen reicht und folgen Sie dabei den gesprochenen Anweisungen für die Handhaltung. Beide Hände über dem Kehlkopf. Gott Beide Hände Kiefer Licht Beide Hände Schläfen Liebe Beide Hände Brücke Wahrheit Linke Hand Schläfe Rechte Hand Kiefer Vergebung Linke Hand Kiefer Linke Hand Kiefer Rechte Hand Kehlkopf Frieden Beide Hände Kehlkopf Heilung Beide Hände Kiefer Beide Hände Kiefer Beide Hände Kiefer Linke Hand Brücke Rechte Hand Schläfen Licht Linke Hand Kiefer Linke Hand Kiefer Linke Hand Kiefer Rechte Hand Brücke Liebe Beide Hände Schläfe Wahrheit Beide Hände Kiefer Vergebung Beide Hände Schläfen Frieden Lücken Sie zum Abschluss Beide Hände Beide Hände auf die Herzgegend Die Linke nach oben Alles Liebe Namaste Lücke Vom